Also machen wir die große Auflösung dafür, ich habe das hier mal vorbereitet, bewege ich mich ein bisschen nach links, also von euch aus gesehen rechts und werde mal das Strawpoll-Ergebnis melden und ich weiß selber nicht, wie es jetzt aussieht, dementsprechend bin ich jetzt gleich selber mal gespannt. Und da ist er. 22 Votes für Tales from the Borderlands und The Wolf Among Us hat 21 Votes. Es ist eine knabe Kiste tatsächlich gewesen. Fallout leider jetzt noch ein bisschen abgeschlagen mit 16 Votes, so in die Zukunft hat er 11 gehabt. Pillars of Eternity hatte immerhin 3, das muss man mal so lassen. Und da war es gerade krach. Immer diese Katzen. Und Kühn hat da auch noch einen gehabt. Ich weiß sogar, wer den gemacht hat, das war der Felix selber, damit da zumindest noch einer das dann auch macht. Aber Kühn, äh Kühn sag ich schon, Tales from the Borderlands hat gewonnen, also ist jetzt auch unumstößlich. Das heißt, wir spielen Tales from the Borderlands. Also vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Es waren 75 Leute, die mitgemacht haben. Großartig. Also wow, wirklich. Ich hätte, mit Rüdiger habe ich auch nochmal kurz gesprochen, wir hätten nicht mal die Hälfte erwartet. Naja gut, wir haben ungefähr die Hälfte erwartet, vielleicht, dass die mitmachen. 75 Leute, top. Wie gesagt, ich wünsche mir jetzt, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, wünsche ich mir alle 75 Leute hierher. Das wäre super. Gut, wir machen mal die Musik aus. So. Rüdiger kommt auch noch, das ist doch schön. Das heißt heute 75 Zuschauer. Ja, wie gesagt, das wäre schön. Ähm, ich befürchte, das wird leider nichts. Aber man soll ja die Hoffnung niemals aufgeben. Hoffnung niemals aufgeben. Achso, ich schalte übrigens um, nur so zu Info. Und nehme die beiden raus und nehme Tales from the Borderlands rein. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht geschafft habe, ist soundtechnisch das anzupassen. Also wenn es gleich zu laut ist, dann sagt Bescheid. Aber wir starten. Das Bild ist übrigens mehr oder weniger provisorisch. Das sieht jetzt vielleicht nicht so mega gut aus. Okay, also bei mir ist es ein bisschen laut. Achso, Rüdi kommt auch noch. Ja, ja, sorry, ich habe das gerade falsch rum gelesen. Rüdi kommt auch noch. Der braucht noch ein kleines bisschen. Der, ne, wie gesagt, mit so einem Mann und so was ins Bett bringen. Ist dann doch wichtiger. Muss man einfach auch mal so zugeben. Ich mache es mal ein bisschen leiser. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Oh, da fahre ich das Menü. Bei mir ist es ein bisschen laut. Hallo, Sorcery. So, ich mache das hier mal auf 5. Das sollte nur bereichen. Da sollte man eigentlich beides gut hören können. So, ich habe es noch nicht gestartet. Ich weiß nur, ich habe meinen TTG-Account schon eingerichtet. Das wäre nämlich blöd, weil das war noch... Also, ich glaube, es kommt von Konsolen oder sowas. Ich weiß es nicht. Oh, was ist das denn hier? Weil ich konnte halt den Account eingeben. Und immer wenn ich dann auf E-Mail-Adresse oder auf Passwort gerichtet habe, hat er nochmal ein Extra-Fenster aufgemacht, wo ich das eingeben musste. Das Lustige war bloß, das Passwort war im Klartext. Also, hätte ich das nicht vorher gemacht, sondern hätte ich das jetzt mit euch gemacht, dann hätte ich jetzt mein Passwort für meinen TTG-Account gehabt. Wäre natürlich super gewesen. Hätte ich mir natürlich richtig gefreut. So. So, ich mache mal auf Play. Start Episode 1. Ich bin schon, ist das Video. Hallo, Andreas. Das ist natürlich auf Englisch, das Spiel, ist klar. Back again, to hear another story of immense fortune and unthinkable peril? Well, I have some time. The Borderlands of Pandora were told to contain mysterious alien treasure trofes, filled with advanced technology and incredible power. Vaults, the people called them. And to seek one out was to earn you the title of Vault Hunter. At least by me. You could say, Handsome Jack was one such explorer, though his methods could be seen as somewhat unsported. He ran the corporation Hyperion, and died trying to claim Pandora as his own. History's attention is fickle, my friends. It will remember those pirates like Handsome Jack, But forget the adventurers who risk it all for less. Ah, obvious rewards. Stories, legends. Those are much better at getting at the real spirit of things. Stories remember both sides of the tale. So, kann ich hier schon was machen, oder? Ah, okay. Hallo, Filmin was taken. Ach, doch. Das hat er gestern schon gemacht. Jetzt hat er gemerkt, das bringt was. Das funktioniert. Komm mal her. Und Hello Megan. Meganique. Und Wunderkind. Hei, 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 hei. Jetzt geht's los. Fiona! Komm her, wir können das ausarbeiten. Fiona, ist da eine Art Radiation-Leck? Ich weiß nicht, ob es... Au! Kompli-Man! You! Hallo an alle, die gerade reingekommen sind. Ich habe das... Ich glaube, ich verlier gerade den Überblick. Ich habe noch eine gewisse Zeit, um was zu machen. Ansonsten entscheidet er quasi selber. Das war jetzt, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Na natürlich, die gefährlichste Stelle, mein Mann. Ich bin nicht eine patiente Person. Also, beginne zu sprechen. Just, woher beginnst du, wenn du... ...dringst du durch den Desert und, äh... ...de Beginn. Ja, genau. Ja, wir erzählen uns einfach mal von der... ...vom Anfang. Ein kleines... Großartig. Ich möchte mal eben kurz Danke sagen an alle, die jetzt schon da sind. Ich glaube, es hat alles mit der Prüfung begonnen. Siehst du, ich habe meine ganze Karriere hier in Hyperion verbracht. Also, ich glaube, das macht mich einer der schlechten Leute in dieser Geschichte. Oh, die kleinen Kobolde, die ich fast gesehen habe. Ach, die nutzt man oft für kleine Kämpfe. Hm, okay. Ja, das macht mich ein wenig Zeit, um in die Spende zu verbringen. Aber, wenn du ein paar Stärken und so viel Stärken da sind... ...und, hallo an German Orbit oder German 2 Orbit. Vielen Dank für deine Spende. Ich kriege hier gar nichts von der Story mit, weil ich gerade echt ein bisschen überwältigt bin. Wir haben 22 Zuschauer auf Hitbox. Großartig. Dankeschön. Konzentriert auf die wichtigen Dinge. Was ist das erste, was du kaufen sollst? Ich weiß, was Henderson macht. Ich mache seinen Payroll. Von, dein bester Freund, der Moneyman. Wenn du eine Fraction von dem, was er verdient hat, wirst du in die Spende. Oh, let's stop. Ich kriege hier schon wieder alles nicht mit. Oh, das ist immer so... Aber das wird zum Glück angezeigt, wie lange ich Zeit habe. Sure. Und Weinpairings? Für Lunch? Wir werden getwitzt, Bro. Wenn ich nicht 500 Dollar in Essen und Alkohol diese Nacht, dann machen wir es falsch. Wir treffen uns mit einem Bett, um zu zählen. Sie hat uns ein Tisch. Ja. Klingt gut. Klingt gut. Wir müssen uns ein paar verrückte Dinge machen, um dich zu diesem Punkt zu erreichen. Guck ich etwas davon? Natürlich, ich mache es. Jede Nacht hat meine Träume. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Du hast es geschafft. Du verdienst das, Mann. Und nicht immer denken, dass du nicht. Und nicht immer denken, dass wir uns zusammenfassen. Danke, dass du dir helfen kannst. Ich bin wirklich gut. Ich muss nicht sagen, dass du mit dir in Essen. Hey Mann, nicht schweißen. Ich bin einfach glücklich, dass wir dich hier haben. Ich habe die Nummer auf jeden Nacht gebrochen lassen und herausgefunden, dass es eine 45% Chance gab, dass jemand dich vor diesem Tag zu töten würde. Ich bin glücklich, dass das nicht passiert. Ich auch. Es war ein echtes Tuch und Tuch und Tuch da für ein bisschen. Okay Mann. Habe ich zwei verschiedene Augen gefahren? Oh, richtig. Tatsächlich. Ich wusste gar nicht, wie das heißt. Fix mal. Hm. Oh, wir brauchen etwas Kondeskundung. Es ist ein bisschen zu freundlich gerade jetzt. Okay, ich sage dir was. Halt deine Hände zurück. Äh, wie wenn du mich fragst, ob es dir was auf deinem Nuss gibt. Das ist das. Es kam doch Borderlands. Genau, ganz knappe Entscheidung. Herr Henderson? Ich bin ja. Ich bin ja. Und einfach send die Fahrrad über wenn es bereit ist. Kompany guard. Ich habe es nicht mehr zu fragen. Schedule Retirement. Ihr Hyperion nemesis. You'll look surprised to see me, Rhys, and if I'm reading the situation right, and I usually am, you're not too happy about it either. This all came together quick, so you might not have been in the loop, but it's for the better, at least for me. Well, congratulations on your promotion. I love what you've done with the office, going for the whole minimalist thing. Oh, that's cute. Oh, that's cute. You're going to be reporting to me now, Rhys, and I want you to know the promotion that you work so hard to get, that's still coming to you. Well, that's a relief. That's good. Ah, this is about more than that, Rhys. It's about your future in this company. Look, you want to know the reason why I'm in that chair and you're not. Ach, der hat mir meinen Platz weggenommen? Schwein an rei. Why the handsome guy always gets the girl, and why every spaceship in the universe is shaped like a god. Yeah. It's destiny, Rhys. And men, really, men like me, make their own destiny. And you could hold a grudge if you like. No harm, no foul, your thoughts are your own. But bad things can happen when you swim against fame. Sometimes men find themselves standing in the way of other men's destiny. You don't want to be that man, no. Wow. Wow. I could not have time that better, that really helped me. Which is this? This promotion will take you out of the way of other people's destiny. And put you on your own path. And that, my friend, is why I am promoting you to... Jerry, why isn't my new car digistructing in my office yet? Veskis, it's August. Oh, August. Cool, listen. I actually have somebody here with me, so... Are you buying this vault key or what? Because I... Vault key? How did this happen so quick? I thought I'd have more time. Of course, I'm still interested. Yes, I'm near a computer. Yes, it's in a second. Yeah. It's just, that's a lot of money to get together on short notice. Seriously, right? I mean, I'm not trying to be Hobbs today, but I need time. Ouh, what's at their front?